Der lange, lange Pfad über das Moor in den Wald hinein. Wer hat ihn ausgetreten? Wer hat es erkannt? Es ist der Beginn von Segen der Erde von Knut Hamsun. Und darum soll es halt mal ein bisschen gehen. Das wahre, gute, schöne. Literatur und Leben mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein gut und schön. Knut Hamsun oder Hamsun hieß eigentlich gar nicht so, sondern hieß Knut Pedersen. Norwegischer Autor, geboren 1859, gestorben, ich muss mal gucken, 1952. 1952, lang gelebt ist, 92 Jahre alt geworden, 93 Jahre alt, nicht wahr? Und hat, um es gleich voranzunehmen, im Jahr 1920 den Literaturnobelpreis bekommen. Das ist nicht wahr? Da haben wir sie nämlich, diese ganzen Skandinavier, die alle unglaublich begnaderte Erzähler sind. Es ist Wahnsinn. Für welches Werk, nicht wahr? Na ja, eben genau, für das hier. Segen der Erde von 1917. Der Titel, der Originaltitel, vielleicht hat es dazu gleich noch ein bisschen was zu sagen, Markens Gröde, heißt eigentlich nicht Segen der Erde, sondern heißt, ja, was ist Gröde? Gröde ist das Grünen, das Sprießen, das Wachsen und so weiter, nicht wahr? Und jetzt kann man natürlich sagen, das Grünen, Markens ist tatsächlich der Erdboden, des Erdbodens. Markens Gröde, also das Sprießen, Sprossen, Sprießen des Erdbodens, hat natürlich mit Segen was zu tun, ja, aber ist viel konkreter als Segen. Es ist das Grün, was da aus dem Boden rauskommt, ja, das ist gemeint im Grunde genommen, ja. Und wenn wir schon hier bei Wörtern, wenn wir schon auf der Ebene der Lexik jetzt mal hier hängen geblieben sind, bei Wörtern und ihren Übersetzungen und so weiter hängen, der Name Knut Hamsun, wo kommt der Herr Hamsun? Also, in Klammer gesagt, es gab ja, Petersen ist offenbar ein Vatersname, also Petersen heißt Peters Sohn, Anders Sohn, Lars Son heißen die dann im Schwedischen, heißt es dann Son, es ist dann der Sohn von Lars und so weiter, ihr kennt das ja alles, nicht wahr? Das sind ja Vatersnamen, ähnlich wie es die auch im russischen Jahr gibt, nicht wahr? Ja, Anton Pavlovich, Sohn von Pavel, also Paul und so weiter, Tschechow, der übrigens 1861 geboren ist, zwei Jahre nach Knut Hamsun, aber das ist im Grunde natürlich dieselbe literarische Epoche, ist klar. So, und das hat damals eben in Norwegen auch ausgereicht, einen Vatersnamen zu haben, Vorname, Vatersname, ich glaube, in Island reicht es bis auf den heutigen Tag oder so, ja. Und irgendwann wurde aber in Norwegen Pflicht in den 1920ern, auch wirklich einen Nachnamen zu haben. Davor war das im Grunde genommen halt, ja, wie es halt manchmal so geht, bis Dinge zur Pflicht werden, spielen sie sich erstmal ein, es wird eine Mode und dann irgendwann hat man das Gefühl, ja, es muss ja aber unbedingt so sein, nicht wahr? So, und dann irgendwann musste halt mal einen Nachnamen führen. Der Nachname Hamsun kommt von einem Gehöft, wo Hamsun mal gelebt hat, tatsächlich. Das hieß eigentlich Hamsun, was irgendwie auch Sinn macht, das ist also ein Hamsun, ein Sund. Und dann soll durch einen Druckfehler geht die Legende, das D am Ende verschwunden sein, herausgekommen ist, Knut Hamsun und so hat er sich dann eben genannt. Was tatsächlich irgendwie kein schlechter Name ist, ne, also, ich glaube, ihr versteht, was ich meine, ne, da ist was dran an diesem Hamsun. Das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, es hat irgendwas Urtümliches, aber es hat vielleicht irgendwas Rätselhaftes, ja. Ja, Knut Hamsun. Knut Hamsun hat sein ganzes Leben geschrieben. Schon sehr früh angefangen zu schreiben, im Grunde genommen. Und hatte dann eben auch früh schon Erfolge. Und, ja, hatte natürlich allerlei Auszeichnungen und Preise gekriegt und so weiter. Bei Hamsun muss man blöderweise immer dazu erwähnen, obwohl es blöd ist, ne. Aber man kann es ja nicht völlig unterschlagen, spätestens wenn ihr jetzt nochmal nachschaut und guckt, Hamsun, Moment mal, wer war das eigentlich? Dann werdet ihr das natürlich feststellen, dass das so ist. Hamsun war ein großer Freund Deutschlands. Übrigens waren die Deutschen auch große Freunde von Hamsun, nicht wahr? Deutsche Schriftsteller waren begeistert von Hamsun. Von diesem, ja, ich weiß gar nicht, wie man das einsortieren soll. Ist das Naturalismus, ist das Realismus, irgendwie so, ja. Ist völlig Schnurz, ja. Weil das waren literarische, das waren Granaten, die der da geschrieben hat, ja. Man denke nur an dieses berühmte Buch Hunger. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe, ja. Tuchols, die waren alle völlig begeistert. Und Thomas Mann hat nach eigenem Bekunden sogar seinen Zauberberg nach Hamsunscher Vorlage gebildet, im Grunde genommen, ja. Die waren alle völlig begeistert. Jeder hat gemerkt, das ist ein unglaubliches schriftstellerisches Talent, klingt ja fast abgedroschen, ja. Was da schreibt, ja. Also die Begeisterung war wechselseitig. Und dann hat er sich leider eben auch für Deutschland weiterhin begeistert, als es halt Hitler-Deutschland war, ja. Und hat, ja, wie soll ich sagen, war nationalsozialistisch im Gedankengut keineswegs abholt. Ich bin nicht genauer eingedrungen, weil es mir ja hauptsächlich auch um die Literatur geht. Aber so viel kann man jedenfalls sagen, dass er das irgendwie gut fand, dass er auch innerhalb Norwegens verteidigt hat. Die Deutschen haben ja in Norwegen gekapert irgendwann, nicht wahr? Haben das besetzt und haben es zu einem, was war das dann, ja, diese komischen Nazi-Strukturen, wie die dann alle heißen. Das ist dann ein Reichs-Gau irgendwann, der Teufel war es, ja, mit einem Gau-Leiter oder einem Reichs-, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Und das hat Knut Amsun, fand das irgendwie klasse, fand das völlig okay, nicht wahr? So, und hat nur und ist sogar tatsächlich auf den Obersalzberg zu Hitler dann irgendwann gefahren und zu protestieren, dass sein Reichsverweser da in Norwegen, ja, sein Stadthalter, dass der da sein Unwesen treibt und Leute da hinrichtet und so weiter, nicht wahr? Dagegen hat Amsun protestiert bei Hitler persönlich und ist genützt. Also das kann man vielleicht Hitler, äh, nicht Hitler, Hamsun zugutehalten, dass er da immerhin gemerkt hat, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber das hat er im Grunde nicht an dem System festgemacht, sondern an den einzelnen Figuren, weil dieser Typ da war in Norwegen, dessen Namen ich vergessen habe, der natürlich auch wieder, wie diese ganzen Typen sich irgendwann kurz vor Kriegsende sich dann umgebracht, sich besoffen und umgebracht hat und mit irgendeinem anderen Typen zusammen und so weiter. So, ja, so. Und das ist natürlich Knut Amsun auch in Norwegen dann selber, nochmal zum Verhängnis geworden, dem alten Knut Amsun, äh, da gab es dann wohl auch Prozesse und so weiter wegen Landesverrat und so weiter, ähm, und der hat, aber er hat Hitler immer einen guten Mann sein lassen gewissermaßen und hat, ähm, es auch irgendwie damit begründet, dass er, ähm, dass es nicht anständig sei, äh, im Nachhinein dann über einen Menschen irgendwie schlecht zu reden und so weiter. Also, man müsste sich im Grunde mal genauer damit befassen, um wirklich zu verstehen, was da in dem Kopf von diesem Knut Amsun da vor sich gegangen ist, ähm, weil nämlich auch klar ist, wenn man jetzt so Sachen liest wie Markets Gröde, ja, das ist keine Naziliteratur, das ist ganz offenkundig, das ist Weltliteratur, da geht's um Menschen und wer, äh, wer sich mit Menschen beschäftigt und mit so einer, ähm, ähm, Einfühlung, ähm, 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 in Menschen hineintaucht, äh, der kann eigentlich, sag ich jetzt mal, von Ausnahmen abgesehen, eigentlich kann der kein Faschist sein, ja, das geht ja gar nicht, ja, es gibt ja Literatur, Menschenliteratur ist ja niemals national gebunden oder was, ja, das ist ein würdiger Blödsinn, es geht immer um Menschheit, nicht wahr, und das sind wir alle, ja, in gleicher Weise und so weiter, ja, also diesen Zusammenhang, ähm, die kann jemand ein großer Weltschriftsteller sein und gleichzeitig irgendwie im Hinterstübchen, äh, 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 ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Nazi war, aber jedenfalls ein Sympathisant, äh, war, das wäre mal, ähm, ähm, interessant rauszufinden, wie das eigentlich geht, ähm, vielleicht auch mal literarisch rauszufinden, wie das geht. Das ist so viel nur dazu. Knut Hamzun war, ähm, hat eine Zeit lang ziemlich bewegtes Leben geführt, er hat zweimal versucht, in die USA auszuwandern, hat da gearbeitet, als was man so arbeitet, nicht wahr in so Fällen, als Tellerwäscher, Millionär, nein, Millionär ist er nicht geworden, und so, Taxifahrer oder was weiß ich, ne, also irgendwie so, und hat geschrieben, und es hat nicht funktioniert, dann ist er wieder zurück, äh, nach Oslo in dem Fall, was damals noch Christiania hieß, und dann ist aber nochmal, hat er versucht auszumachen, wieder nicht geklappt und so, also, und das war, damit war eine Enttäuschung verbunden, aber daraus ist auch sehr viel Romanpotenzial entstanden, zum Beispiel der Roman Hunger, den ich ja schon erwähnt habe, um den es aber nicht jetzt hier gehen soll. Es geht jetzt heute um Markensgröde. Ja, ich lese einfach jetzt mal ein bisschen weiter über den ersten Satz hinaus, und dann versuche ich mal noch ein bisschen was zu sagen, aber so, damit ihr schon mal irgendwie so ein bisschen Geschmack dafür kriegt, wie das, ähm, wie das hier, wie das hier mundet, ja, ob euch das was mundet. Der lange, lange Pfad über das Moor in den Wald hinein, wer hat ihn ausgetreten? Das ist ein super Anfang. Der Mann, der Mensch, der Erste, der hier war. Für ihn war noch kein Pfad vorhanden. Später folgte dann das ein oder andere Tier der schwachen Spur über Sümpfe und Moore und machte sie deutlicher. Und wieder später schnupperte allmählich der oder jener Lappe den Pfad und benützte ihn, wenn er von Berg zu Berg wanderte, um nach seinen Rentieren zu sehen. So entstand der Weg durch die weite Almende, die niemand gehörte, durch das herrenlose Land. Abschnitt. Das ist, da wird ganz weit ausgeholt, ne? Der Weg ist das Erste, um das es geht. Wie der Weg entstanden ist durch das herrenlose Land. Wir haben also einen Weg durchs herrenlose Land. Später der ein oder andere Lappe geht, wo ganz selten mal jemand langkommt, ja? Von Berg zu Berg irgendwo, ja? Absatz, jetzt kommt's. Der Mann kommt in nördlicher Richtung gegangen. Er trägt einen Sack. Den Sack, der Mundvorrat und einiges Handwerkszeug enthält. Der Mann ist stark und derb. Er hat einen rostigen Bart und kleine Narben im Gesicht und an den Händen. Diese Wundenzeichen hat er sich bei der Arbeit oder im Kampf geholt. Er kommt vielleicht aus dem Gefängnis und will sich verbergen. Vielleicht ist er ein Philosoph und sucht Frieden. Jedenfalls aber kommt er dahergewandert. Ein Mensch mitten in dieser ungeheuren Einsamkeit. Ich mach mal kurz eine Verbrechung, um euch auf die literarische Süße hinzuweisen, die in diesen paar Sätzen steckt. Ihr merkt die Sprache, wie einfach die gestrickt ist, ja? Erinnert ein bisschen an Jean Genot. Übrigens ist auch dieser Homsun-Hinweis, nicht, dass ich Homsun nicht vorher schon gekannt habe. Ich habe auch Hunger schon gelesen vor vielen Jahren. Aber ich grunde, jetzt bin ich ja überhaupt erst recht auf den Geschmack gekommen. Auch dieser Hinweis stammt von Rolf Brenneisen. Ich weiß nicht, warum der mir immer so tolle Bücher empfiehlt. Klammer zu. Und der hat mir auch Jean Genot empfohlen. Gibt es ein anderes Video dazu. Und das erinnert sprachlich ein bisschen dran. Nur, Jean Genot hat noch, ja, wie soll ich sagen, hat eine ganz eigene Leichtigkeit. Auch einen Humor, einen Witz, ja? Das ist hier anders geartet. Es ist nicht so, dass da keiner ist. Aber es ist anders geartet. Diese Sprache ist irgendwie wie aus dem Stein gemeißelt, aus dem Holz geschnitzt. Aus der Natur heraus gebildet, im Grunde, von der die Rede ist. Ja, das ist ganz interessant. So, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, diese wunderbaren Sätze. Der Mann, erstmal hat er noch gar keinen Namen. Wird beschrieben, brostiger Bart und hat da kleine Narben. Und dann die Frage, hat er die Narben aus dem Kampf oder von der Arbeit? Der Erzähler versucht, weiß es nicht. Weiß ich nicht. Das macht der Erzähler. Das ist eine wunderbare Erzählhaltung. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt er aus dem Gefängnis. Könnte sein. Oder ist ein Philosoph. Oder er sucht einfach Ruhe. Egal. Jedenfalls, er kommt dahergegangen. Der Erzähler, der nicht weiß, wo die Figur eigentlich herkommt. Wenn der Erzähler das nicht weiß, dann spielt es keine Rolle, oder? Weiß der Erzähler das wirklich nicht? Was ist das? Also merkt ihr diesen wunderbaren Gestus? Ein Gestus, den natürlich auch den Leser sofort irgendwie mitnimmt. Weil das ist ja genau die Situation, die der Leser ständig hat im Alltag. Er sieht Leute und was sind das für Leute? Wo kommen die her? Was machen die? Wir wissen es nicht. Wir sehen nur, was sie tun. Und das ist ganz wesentlich auch hier. Es geht hauptsächlich um das, was sie tun oder sagen. Es wird selten geschildert, was sie denken wird. Manchmal schon geschildert. Aber im Grunde genommen über die Beweggründe. Erfällt mir wenig. Wir werden uns vielleicht nochmal noch eine Stelle angucken, die ganz interessant ist in dem Zusammenhang. Eine von vielen. Also du siehst, was sie tun und was sie sagen. Hauptsächlich. Und dadurch entsteht der Mensch. Und wenn ein Autor es fertig bringt, mir nicht ständig sagen zu müssen, was die Figur eigentlich will oder beabsichtigt. Oder auch immer dieses Klassische, was man dann oft eben in nicht so besonders hochwertiger Literatur dann liest, wo dann immer so in indirekter Rede oder so gestellt wird, wie eine Figur irgendwas plant. Er würde dann das und das tun, wenn er sich dann vorstellt, wie es in Zukunft nicht war. Das ist alles im Grunde genommen, das ist minder. Ganz direkt gesagt war ich irgendwie so. Nein, beschreibt bloß und lasst die Leute tun. Lass mich in Ruhe mit irgendwie so manipulativen Sachen, mich als Leser gewissermaßen, überspitzt gesagt, wenn ein Autor das fertig bringt, mich damit nicht zu behelligen, sondern Wege finden, die auch kreativ und originell sind, mich auch ohne dies verstehen zu lassen, was ein Mensch möchte, was ihn antreibt, was für einen Traum er hat und so weiter. Dann ist es Nobelpreisliteratur. Gut, wir wissen nicht, wo er die Wunden, die Narben daher, vielleicht dies, vielleicht das, jedenfalls kommt er dahergewandert, ein Mensch inmitten dieser ungeheuren Einsamkeit. Er geht und geht, still ist es ringsum, kein Vogel, kein Tier ist zu hören. Bisweilen redet er ein paar Worte mit sich selbst. Ach ja, Herr Gott im Himmel, sagt er. Mehr von außen kann man die Figur nicht. Nach einigen Stunden geht er wieder weiter. Ach ja, Herr Gott im Himmel. Geht wieder geradeaus nach Norden, sieht an der Sonne die Tageszeit, hält mittags Rast mit einem Stück Hartbrot und Ziegenkäse, trinkt Wasser aus einem Bach dazu und setzt seinen Weg fort. Auch diesen ganzen Tag wandert er ununterbrochen weiter, denn er muss sehr viele wirkliche Plätze im Walde untersuchen. Was sucht er? Land? Erde? Er ist vielleicht ein Auswanderer aus den Dörfern, denn er schaut sich scharf und spähend um. Manchmal ersteigt er auch einen Hügel und späht von da umher. Jetzt ist die Sonne wieder am untergehen. Weißt du, was er da sagt? Ja, da geht einem das Herz auf vor Begeisterung. Mir geht es jedenfalls auf vor Begeisterung. Jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr, ah, der Erzähler kommt langsam auf die Spur dessen, was er da eigentlich erzählt. Ist das nicht ein wunderbarer Gestus? Ah, er könnte ein Auswanderer aus den Dörfern sein, denn jetzt sehe ich gerade, er späht umher. Er guckt so, ah genau, das ist es. Er sucht nach Boden, das ist es. Er sucht irgendwie nach einem Ort, den er bewirtschaften kann. Er befindet sich jetzt auf der Westseite eines langgestreckten Tales mit gemischtem Wald. Hier ist auch Laubwald und Weideflächen mischen sich da rein. Stundenlang geht es sofort. Es dämmert, aber der Mann hört das leise Rauschen eines Flusses. Und dieses leichte Rauschen ist wie etwas Lebendiges und muntert ihn auf. Als er die Höhe erreicht, sieht er das Tal im Halbdunkel vor sich liegen und weit draußen nach Süden den Himmel darüber. Nun legt er sich schlafen. Am Morgen sieht er eine Landschaft mit Wald und Weideland vor sich ausgebreitet. Er steigt hinunter. Da ist ein grüner Berghang. Weit unten erblickt er ein Stück des Flusses und einen Hasen, der mit einem Sprung darüber hinweg setzt. Der Mann nickt, als sei es ihm gerade recht, dass der Fluss nicht breiter ist als ein Hasensprung. Ein brütendes Schneehuhn flattert plötzlich zu seinen Füßen auf und zischt ihn wild an. Und wieder nickt der Mann. Hier sind Tiere und Vögel. Das ist abermals gerade recht. Seine Füße warten durch Blaubeerbüsche und Preiselbeerkraut. Seine Füße, nicht er, seine Füße, wenn man diesen Blick nimmt, seine Füße warten durch Blaubeerbüsche und Preiselbeerkraut, durch sieben gezackte Waldstern und niedere Farnkräuter. Wenn er da und dort anhält und mit einem Eisen in der Erde gräbt, findet er hier Walderde und dort mit Laub und verrotteten Zweigen seit tausenden von Jahren gedüngten Moorboden. Der Mann nickt. Hier will er sich niederlassen. Ja, hier sich niederlassen, das will er. Noch zwei weitere Tage streift er in der Gegend umher, kehrt aber am Abend immer wieder zu dieser Halde zurück. Des Nachts schläft er auf einem Lager aus Tannenzweigen. Er ist ganz daheim hier. Er hat ja schon ein Lager unter einem Felsvorsprung. Schon ist er daheim. Er kommt gewandert, ein Mann geht herum. Was macht er, wo kommt er her? Man weiß es nicht. Ein Mann, jedenfalls geht er da rum, schaut, geht weiter, legt sich hin, geht weiter. Und dann, ah, stimmt. Im Grunde wirkt er wie jemand, der aus dem Dorf ausgewandert ist, der jetzt nach irgendeinem Ort, wo er sich miterlassen kann. Und dann sieht man, was der Mann sieht. Aha, da ist der Wald und da ist die Weide und Moorboden. Aha, da ist auch ein Flur. Ein Hase springt drüber. Das ist nicht schlecht. Aha, Tiere gibt es hier auch. Sehr schön, sehr schön. Hier bleibe ich. Hier lasse ich mich nieder. Jawohl, das will er. Und da ist er daheim. So, vielleicht kann es sein, daheim zu sein. Ist es natürlich nicht. Jetzt fängt das Ganze erst an. Und wir begleiten jetzt diesen Mann, der dann auch einen Namen kriegt, bis die nächste Generation, so viel kann man sagen. Und beobachten, begleiten ihn dabei, wie er da das Land urbar macht. Das ist im Grunde der ganze Plot, wenn man so will, ja. Und dann gut eben sich dahin baut. Es immer erweitert. Frau kriegt und Söhne hat und was die machen, wiederum die Söhne und so weiter. Und im Zentrum eben immer dieser Mann, der Isak heißt. Das ist aber da zu sagen, ja. Man kann im Grunde nur sagen, lest es, ja. Was dann alles so passiert, natürlich kommen dann andere Leute, die werden davon angezogen, dass da jetzt einer da weit außerhalb des Dorfes nicht war. Er hat zwei, drei Tage reisen, immer bis zum nächsten Dorf runter, wo er dann manchmal eben Waren verkauft, Fälle zunächst mal. Und dann fängt er an zu produzieren auch und so. Aber dann kommen andere, siedeln da auch irgendwo da draußen bei ihm in der Nähe. Und dann hat er eben seine Frau. Und dann gibt es auch eine dramatische Geschichte auch mit der Frau. Ja, aber man muss es lesen. Die bebiert Söhne, aber sie gebiert eben auch eine Tochter. Aber die Frau hat ein eigenes, ganz interessantes Schicksal. Auch eine ganz hochinteressante Figur. Soll man das jetzt sagen? Oder ist das schon gespoilert? Oder ist das dann irgendwie schade? Ich glaube, ich kann das nicht sagen. Also es ist einfach großartig. Ja, und dann ist da nur noch die Frage, irgendwann entsteht die Frage, darf der das Land überhaupt? Das ist allmende, gehört also niemandem. Das ist ja so in Skandinavien bis auf den heutigen Tag zum Teil noch so. Aber trotzdem muss das ja irgendwie, das geht scheinbar dann doch nicht, sondern man muss einen Kaufvertrag abschließen und so weiter. Und dann gibt es eben diese wunderbare Figur. Also das ist einfach die schönste Figur, die ich überhaupt, ehrlich gesagt, jemals in irgendeinem Buch, glaube ich, gelesen habe. Das ist der Lenzmann taucht dann auf. Der Lenzmann, der heißt Geißler, der, jetzt ist es so ein Amtmann, im Grunde so ein Regierungsamtmann. Und der ist dann der Vermittler der Kaufverträge. Also im Grunde genommen fasst er die Verträge ab, aber er muss sie dann eben bei der Regierung einreichen. Aber er legt ein gutes Wort dann ein für den Isak und so weiter. Und da entsteht ein ganz herzliches Verhältnis mit diesem Lenzmann, der dann später irgendwie keiner mehr ist. Und der sich dann einschaltet, als auf dem Berg oberhalb von, oder auf dem Grund, den jetzt Isak dann irgendwann gekauft hat, irgendwelche Mineralien entdeckt werden, Gesteine. Und dann kommt eine Grubengesellschaft, die wollen dann graben, dann muss man wieder Verträge machen und so weiter. Also da entfaltet sich im Grunde so ein reges Leben jetzt um diesen Hof, der da in der Einöde entstanden ist und der dann sich belebt und Menschen kommen da hin und so weiter. Und dieser Geißler, das ist wirklich eine unglaublich interessante Figur, weil die so schillert, man. Und das ist ein Schlaumeier irgendwie, der hat als Lenzmann einigen Einfluss, aber er nutzt ihn nicht aus. Sondern er versucht im Grunde genommen für die Leute, für diese einfachen Menschen, wie den Isak zum Beispiel, dem versucht er was Gutes zu tun. Versucht günstige Bedingungen für ihn rauszuschlagen. Gerät aber auf der anderen Seite, von der Regierungsseite, in Bedrängnis. Und dann muss er noch abhauen, weil scheinbar er Gelder unterschlägt oder korrupt oder irgend so was. Das ist so eine ganz schillernde Figur, der aber dem Isak gegenüber und seiner Familie und allem, was sie da tun, äußerst gewogen ist. Und obwohl er da überhaupt kein Geld hat, ihm eine Goldmünze hat er immer noch, um Isaks Kindern zu schenken und so weiter. Und er ist irgendwie so, beides, er ist auf eine Art unsteht und irgendwie ein Hallo-Drie oder so auch. Er ist aber plötzlich äußerst geschäftstüchtig, weil er dann einen Teil des Berges nämlich kauft, zu günstigen Preisen. Und als dann die Grubengesellschaft kommt, verkauft er ihn oder will er ihn zu einem Wucherpreis verkaufen. Und verkauft ihn am Ende sogar irgendwie. Also das ist so eine äußerst, ich wiederhole mich, spannende Figur. Und vor allen Dingen, und jetzt kommt der Clou dabei, und das unglaublich Spannende, bei dem, ich freue mich, ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn er wieder aufgetaucht ist, dem zuzugucken, ist, dass Knut Hamsun oder der Erzähler es fertigbringt, es durchzuhalten. Man erfährt im Grunde genommen gar nichts über den Geißler, nichts Genaues. Zum Beispiel diese Sache mit der Korruption oder Gelder unterschlagen. Als Gerücht wird das geschildert, wir wissen gar nicht, ob es stimmt, man weiß es nicht. Und man sieht immer nur, was der macht. Und du siehst nur, was die machen, die Figuren. Und das ist so spannend einfach zu sehen. Und trotzdem verstehst du irgendwie auf eine merkwürdige Art, ohne dass du es übersetzen könntest, in zwei, drei Sätze, was das für ein Mensch ist. Es ist äußerst faszinierend. Und gerade, also wenn ihr das lest, und das müsst ihr natürlich, ist ja klar, es ist ja ein Befehl. Ich bitte euch ja nicht, es zu lesen. Freut euch bitte drauf. Freuen Sie sich bitte jetzt. Wenn dieser Geißler immer wieder auftaucht. Was eine wunderbare Kontrastfigur natürlich ist zu dem Isaac, der so ganz einfach ist, der wie aus Holz oder Stein geschnitzt ist. So ein stämmiger Mann mit einem rostroten Bart und so, der schafft und schafft Unglaubliches, leistet er da. Bis das Land da eben urbar gemacht ist, fällt Bäume und legt das Moor trocken. Und dann haben wir diesen Geißler, der irgendwie so, der ist kein Luftiguss, der ist auch sehr erdverbunden, aber ganz anders. Er ist halt im Grunde genommen so ein, ja, so ein spielerischer Geist im Grunde genommen. Während der Isaac so ein ganz steter ist, also wenn man temperamentsmäßig das sagen will, ist das halt so was Phlegmatisches und Erdenhaftes und der Geißler hat irgendwas, ja, sanguinisch-cholerisch irgendwie sowas. Also das ist sowas luftig, feuriges oder so, so irgendwie, was er da hat. So mal ganz grob irgendwie. Vielleicht sage ich das doch noch, auf die Gefahr hin, irgendwas zu spoilern, weil ich das beim Lesen selber immer so ein bisschen befürchtet habe. So wie man bei Christine Lavrans-Totter zum Beispiel befürchten musste, dass die Protagonistin am Ende stirbt, dass man sie also begleitet bis zum Tod, was tatsächlich in dem Fall so ist. Christine Lavrans-Totter, Sigrid Unset, gibt es hier auch ein Video dazu, das muss man hier nicht. Er stirbt nicht, Isaac stirbt am Schluss nicht, obwohl ich immer die Befürchtung hatte, es wird da so eine Lebenssaga erzählt bis zum Tode. Nein, eben nicht. Und interessanterweise unterscheidet es sich ja, wenn wir gerade bei Christine Lavrans-Totter sind, auch insofern, als man ja bei Christine Lavrans-Totter tatsächlich mit der Geburt anfängt. Also, wo der Tod endet. Hier nicht, wir haben es ja gerade gehört, das ist ein Quereinstieg. Der Mann kommt gewandert. Wir wissen nicht mal genau, wie alt er ist. Kommt Mann gewandert, lässt sich nieder, macht das Land urbar. Gründet Familie, Hof, Tiere, so weiter. Und genauso geht es wieder raus. Das ist so ein Anschnitt beim Reingehen und geht wieder raus. Das ist es. Viele Jahre später, 20 oder so Jahre später, 25 Jahre später wahrscheinlich, verabschiedet der Leser sich wieder von dieser Figur und allem, was in der Zwischenzeit entstanden ist. Ja, also, das Buch hat ein bisschen größeren Umfang als jetzt zum Beispiel Jean Genome, auf den ich ja anfangs angesprochen habe. Das sind so 380 Seiten. Aber das ist ein Buch, das macht Freude, es zu lesen. Was soll man da sagen? Und diese Menschen zu begleiten. Also, die Faszination reißt nicht ab. Das ist es. Das liegt natürlich auch an der Art und Weise, wie das literarisch gemacht ist. Eben diese, dass man nie 100% genau weiß, wer die sind, weil sie halt nirgends mit ein, zwei Sätzen charakterisiert sind. Was ja bei nicht unbedingt Literatur, Nobelpreisliteratur halt dann doch vorkommt, nicht wahr? Wo man sich als Autor, da muss man sich ja die eigene Nase immer auch packen, behilft damit, dass man einfach sagt, wie der Typ ist oder die Frau ist. Ja, so und so und fertig, da ist, ja, das passiert halt nicht. Sondern es bleibt oft eben dieses vielleicht, ja, du kannst dir im Grunde erzählen, ich weiß auch nicht mehr als das, was ich sehe. Das ist großartig. Bitte Literatur-Nobelpreis, Herr Hamsun, Sie haben es sich verdient. Und ihr, liebe Freundinnen und Freunde, es waren guten Tag, ihr habt es verdient, diese wunderbare Literatur in euch lebendig werden zu lassen. Also, lest Segen der Erde. Danke für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss.